Lieber Arzt, Königsfohlen, sieh mal an! So, jetzt haben wir da die Perrin Denecki. Sie ist eine begabte Musikerin und Lehrerin und sie wird uns ein geiles Musikstück vortragen. Ich hoffe, Tonmäßig passt es. Bitte! Okay, dann brauch ich noch einen Telefon. Hört man das? Wo ist denn mein Keyboarder? O teiflischer Sebastian, du siehst fantastisch aus, hast stets so tolles Zeug an und sprichst im Hohen Haus. Doch hast du nichts zu sagen, bei keinem Thema Mut. Wie wirst du etwas sagen? Du hast zwar große Ohren und einen braunen Teint, doch entscheidst du verboren, wie sehr das Gold auch weint. Was denkt von der Mutter, wenn sie dich heute sieht? Ist alles noch in Butter, singt sie wohl unser Lied? Wir werden demonstrieren, solange es uns gefällt. Wir glauben an die Freiheit und eine bessere Welt. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt uns nicht so zusammen. Trotz Abstand heute los. Wir werden Krieg. 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 Wir bleiben eine Liebe. Wir werden Krieg. Wir werden Krieg. Wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt, wir fordern unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, wir brauchen uns abgestattet, wir werden friedlich immer mehr und halten sich nicht in den Mund, oh, halten sich nicht in den Mund, oh, halten sich nicht in den Mund. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 journey mit allen Aufgabenzielen, wir vertreiben unsere Arbeit und eine bessere Welt, wir brauchen uns abgestattet, wir haben unsere Freiheit und eine bessere Welt. Corona bringt zusammen, mit der Stadt die Werkstatt, wir haben unseren!" Dann streiten sich nicht in den Mund, oh, halten sich nicht in den Mund, können wir eigentlich das nichtourk?? Oh, nein, noch mal. 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 Oh, nein, noch mal.